Und du fandest deinen hund Und du fandest deinen hund Der Sound der war nix für schwache Gebüter Ey und du fandest deinen komischen Hund eigentlich mit seinem scheiß Spaghetti Ja ohne scheiß alter, also das ist doch das 10 fache von dem Hund Alter Mike hat sich ja angeguckt, 100% Ich bin verschluckt Ich dachte du fährst voll im Würgen Ey what the fuck Ohne scheiß ne Ich dachte erst so, das ist verarsch eine Wäsche Das hat keinen Sinn alter So kaputt keine Leute sind Boah, ich kann mich mal kacken ey, ich war so richtig ordentlich Schickt an ey Ja Jungs Ey was hat die für artige Klamotten da drin Das ist schon das Stream an ist Ihre Chaoten ne Ey was hat die da für kaputte Klamotten alter Was ist das für ne Perle Kann ich einladen alter, was ist denn los Warum kann ich einladen Der Stream läuft und der spart Absolut wegen Pokal So, jetzt aber Die scheiß Mongos alter Ja Ich will einfach nur fliegen Das kannst du nicht in die Öffentlichkeit rauslassen Oh doch, das ist jetzt in der Öffentlichkeit Genau Da hat die Öffentlichkeit halt recht gehabt Mittendrin Mittendrin Kannst du dich an die Öffentlichkeit Ohhhh doch Ich bin einfach nur weg Das ist im Internet und was im Internet bleibt Das kommt niemals weg Was da bleibt kommt nicht mehr weg Nein? Im Internet findest du alles wieder Find ich gut Alles Irgendwelche Nacktbilder von dir Gibt's aber wahrscheinlich auch irgendwo Ich stelle jetzt auf diesen Schreibtisch Diese Figur Und wenn die da bleibt Dann kommt sie doch niemals weg Naja Lass Lass mal dein Fenster auf Mit starken Wind alter Ohne Quatsch ey Das da Das hat jetzt mein Kopf kaputt Boah Juni ist so schlecht ne Heftig alter Scheiß alter Also wenn ich jetzt einen Leistungstief habe Dann liegt das ja nur mit Ja gut Aber wie ich gesagt Guckt euch das Video an Ich hab's einfach nur reingepostet Ja Ausversehen Ach du ja da Ausversehen Auf geht's Jungs Auf geht's Jungs Ab der ersten Minute Konzentration Nicht erst einen kassieren schnell und dann Ja Auf geht's Das Spiel beginnt Jetzt vergesst das Bild Führen wir den Fußball und den Rasen Spieler Araba Aha Knapp Guadado Viel tot sich schon aus Ok wir müssen ein bisschen näher am Mann bleiben Ja Jetzt gibt's einen Einwurf Der Ball ist nicht Der Ball ist nicht Der Ball ist nicht Weiß nicht Das kann ich rauskriegen Den Ball ist nicht Oh Oh, oh, weiter. Bleib locker, der läuft mir hinterher. Andere Seite, ja. Oh, shit. Jawoll. Achso, René. Jawoll. Oh. Long. Spender, ich war am Ball vorbei, ey. Und damit sind sie am Ball. Ey. Da wird er gestört. Passt zu, sehr schön. Im Opa. Ja. Ganz cool, ganz cool. Ey. Guardado. Gut gemacht, er auf der Außenbahn. Ja, ja, wahrscheinlich, oder? Schussversuch. Gute Aktion vom Torwart. Ah. Der kommt gut. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Oh, er leckt das. Oh, ich bin gefährlich. Schon wieder. Ja. Wir müssen da raus, ey. Genau. Mach zu Dings, ja. Da weicht er, der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Ja. Andreasen. Schade, schade. Boah, schön. Aber noch gekriegt. Zabaleta. Spielt den Ball direkt zurück. Oh, da geht man da nicht drin. Oh, schön, lieber. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Oh, shit. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Na, ist nix. Das ist okay, Karte. Das ist nicht größer. Mensch schön. U in...... den Ball verlängert er per Kopf! Soo, alter! Und ich bin echt schon drin. Hör mir... N pies. Sehr gut. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Schön. Das war bei Roll. Baut die Sau. Oh ja. So natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Guardado. Er bekommt die Unterstützung. Na schön. Ab rein. Jetzt. Jetzt. Ich bin oben. Ich bleib hinten. Oh, schade. Oh, schade. Ach, boi. Ah, nie. Komm. Schade. Oh, nee, Alter. Komm. War schon der Typ. Jawohl. Hast du, Gingo? Sehr schön. Sehr schön. Da vorne. War schon so richtig. War schon so richtig. Komm bitte. Jawohl. Schau mal, wäre gut. Ich bin zweiter komplett frei, Chico. Ganz starke Flanke. Du bist nicht, Alter. Du bist keine Meter weg, Alter. Oh, sorry. Sehr schön. Das ist der Mike. Long. Jawohl. Ja. Ja. Geh doch hin. Ah, scheiße. Er hat keinen Fokus gekriegt, Alter. Schade. Oh, der Bot. Schade, der Bot. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Ah, komm schon, ey. Aufpassen, Bot. Der Bot schießt, ja. In allem regnen. Ja. Jetzt. Okay. Boah. Hätte das irgendwer gehabt, Alter. Ich hab ihn, äh... Oh, schade. Ich hab auch nie da Pässe raus, du. Dann denkst du dir auch. Schade. 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 Geht Lottospiel, Alter. Ja, wirklich sehr, sehr schön, Alter. Klasse mitgespielt hier, und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Zurück, zurück, oder? Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ja, okay. Alles voll da halt. Steht keiner frei? Ja. Ja, das ist auch mit dem Freilaufen irgendwie ziemlich problematisch gerade. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Ja, komm, pass halt nicht. Versuch's der unten. Ja, hat er gut gesehen. Oben bleiben. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Schluss. Boah. Das ist der Treffer. Ja, weil der Bot so aufgemacht hat. Ja, kannst du nix machen. Wenn du dich vor der Pause triffst, das ist ein gutes Gefühl. Und das gibt dir natürlich nochmal richtig Damm für den zweiten Abschnitt. Der perfekte Zeitpunkt. Weiter geht's. Ja. Alter, was ist denn hier los? Das war einfach. Und er hat den Ball. Long. Zur Pause steht eins. Wie viel Druck die einfach machen, ey. Da macht nicht einen Schuss aufs Tor. Ich muss halt immer auf diesen Innenverteidiger achten. Ich weiß nicht, wie der sich da generell bewegt. Dass er aber trotzdem noch hinter den Leuten bleibt. Wenn der mal einen Ausbrecher macht. Bislang lief das ja alles ganz gut. Ist auch die eine Lücke. Ja. Ne. Ja. 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 die decken direkt alles zu hast du ja schade mal was die blitz für konter dann raushauen alter der ball dann auch noch ankommen ja ne unfassbar so sauber nimmer im rückraum war ich schnell frei wieder einmal im bund ist nicht doch hier aber das bringt nichts wenn du ihn anschreist abstoß da war keiner mehr dran wer weiß da hat er ja verdammt egal einfach wiederholen für die zeit weißt du ja schön 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 ja und dann so ein ball wieder weißt du einfach mal auf gut glück ja und der kommt auch instant wieder an da passt er auf ball geklärt ich mache die sollen Lotto spielen gehen alter sabaleta ach come on und nun ein schuss der ball fliegt richtung tor geht aber dann doch ein gutes stück drüber soll jetzt wieder locker werden einfach so spielen wie am anfang dann wieder raus und klappt das verstehe aber auch nicht wie die bei dem spiel was die machen noch so viel ausdauer haben abwarten jetzt geht es mit einem einwurf weiter dann gegen oder lang ging ging jetzt haben sie den ball verloren das gibt einwurf lenker wieder geil und erneut gibt es einwurf ja auf jeden fall alter ich habe den auf jeden fall nach hinten gekauft du und so und alle seien ich habe den auf jeden fall nach hinten gekauft du und so und alle das gibt der neue einwurf alter was ist das hier für ein spiel eins was an dir vorbeigeht alter ja oooh kommt alter nein ich sag ja die sollen Lotto spielen gehen ja nützt nix jungs wir müssen Gas geben da ärgert mich natürlich prallt der an mir ab als das das ist echt so das 2 0 führung ausgebaut mal sehen ob sie so weitermachen bitte ja ey die spielen genauso wie hinter berlin kommt mir das vor kurz unter welchung der ball ist im seitenhaus komm wir die nach dieser gib ihm einen alter wie die uns hier an die wand spielen alter wir kommen überhaupt nicht vor das tor bei denen das ist echt brutal ja wir müssen einfach mal lange bälle auf die hausen alter wir müssen das irgendwie schnell überbrücken die andere seite jawohl jetzt kann er sich den ball zum einwurf holen ja das ist ein muss aber nicht fuss vor oder da ja 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 das ist ein das ist ein muss aber nicht frustrieren oder ja ja du hast es toll jawohl ja 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 abseits jetzt wohl ein tic zu früh gestartet Kommt leider gleich, zweite Luft. Zack, zack. Ja, und... Hey, ohne Witz. Der Ball ist gefühlt nur im Aus, ey. Ja. Setz dich doch mal ein bisschen unter Druck, Alter. Lass dich doch nicht wachen. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Sehen genauso Probleme wie wir, wenn wir hier unter Druck setzen. Ja, ich kann aber jetzt nicht die ganze Zeit hier und her sein. Ja, doch, der hier zahlt Luft. Ja, Abseits. Echt? Ja. Ja. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Ach. Ja. Noch ein bisschen raus. Achtung, der rechts sehen wir mal. Schön. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Das gibt noch einen... Häftig, Alter. Den Ball wirft er schnell ein. Was ist denn das bei denen, Alter? Sie haben den Ball. Ganz stark gearbeitet, da verliert er die Kugel und holt sie sich sofort zurück. Bitte. Komm schon. Weiter, weiter, drauf. Auf. Jawohl. Treppt auf jeden Fall am Ball. Freistoß. Pfander. Schauen wir mal kurz auf die Foulstatistik. Klopp gehen jetzt einfach nach vorne. Doof. Wow. Guten Morgen. Läuft. Läuft. Jetzt fliegen sie deutlich zurück, aber kann man dem Torwart alleine die Schuld geben, Buschi? Da war mal nicht niemand mitgelaufen. Geil. Das war Bot-Position. Das war da. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ja, ey. Ist okay. Aber ich jedes Mal wieder... Komm schon, Alter. Das war doch Ball, oder? Das war kein Ball. Richtig entschieden. Es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zwischenzeit gehen. und jetzt kann er es sich nicht mehr so rein sabes. Also ich werde ihn an敗ئen. Ich werde ihn anbelangt. Ich werde ihn anbelangt. Auf, was ein zertes Spiel. Das ist auch eine Nervenschnappe. Was für ein Spiel... E Lyndon, Eiffel, Eiffel, Eiffel. Fivel, Eiffel, 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 Eiffel. Und heute können wir hier die Sensation erleben. Der Außenseiter führt und es sind nur noch ein paar Minuten zu gehen. Das ist Fußball, das macht Fußball aus. Oh, der Schieß. Ach, schade. Wenigstens haben wir einen Torstoß. Da muss der Türke da im Solo durchgehen, ey, damit wir mal vor das Tor kommen. Ey, ich krieg aber auch keinen Ball abgefangen oder so, ne? Der Verteidiger stört ihn. Ja. Okay. Da, der soll in den Notterspringen gehen, Alter. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Komm, Alter. Und ja, abgeprallt, Alter. Loll. Wieso gehst du nur auch da drauf, Alter? Lasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Jetzt, ja, siehe, Alter. Ja. Mein Gott, Alter. Ich sag mal so, so hart wie ihr Lug. Ja, wenn wir im nächsten Spiel wieder wegtauschen, oder so, stimmt. Wir müssen einfach viel variabler in der Mitte werden, ganz ehrlich. Denn, der Nato muss Lücken reißen, Shiko muss sich dann fallen lassen oder sowas. Ja, das ist schwierig. Ja, ich weiß so. Wir konnten gerade gar nicht mehr in die Mitte passen, Alter. Ja, ist so. Also, was willst du da überhaupt für eine Taktik machen, Alter? Also, ich hab versucht, mich freizulaufen, aber ganz ehrlich. Ich weiß, der hat einen die ganze Zeit am Marsch geklebt, hab ich gesehen, aber... Erstens das und zweitens haben die sofort übelst zugestellt, ey. Alles zugestellt, alles zugestellt. Ich mein, ich hab 100% Passquote, aber das bringt auch nichts. Wir haben keine Lücken gelassen, nichts. Ich mein, guck mal, wir haben einen Torschuss, beziehungsweise einen Schuss. Der war in der Nachspielzeit. Der von Ümmet, in der 90. Also, das ist schon... Wir haben nicht einmal eine Ecke gehabt, oder sowas. Das ist schon echt... Gar nichts, Alter. Ja, echt? Das ist... Keine Ahnung. Das ist halt... Das war echt übel. Also, die Typen waren richtig gut, in meinen Augen. Ja.